Videomarketing auf YouTube ist eines der wichtigsten Marketinginstrumente, die man heutzutage im Online-Business verwenden kann. Und man sollte unbedingt darauf zurückgreifen, weil es sehr, sehr viele Marketinginstrumente gibt, die in der Vergangenheit einfach relativ in den Hintergrund gerückt sind. Und Videomarketing ist eines der Elemente, die definitiv in den Vordergrund rücken. Und auch immer mehr, man sieht das in den ganzen Portalen, auch neben YouTube, dass da Videos einfach absolut entscheidend sind für Erfolg oder Misserfolg im Marketing. Das wichtigste Learning in dem Buch war eigentlich Jürgen Saladin. Jürgen Saladin ist einer der Experten im Bereich YouTube-Marketing und alles, was er anfasst und auch in diesem Buch bringt. Er wird einfach im Endeffekt erfolgreich. Er beweist es durch seine Zahlen und durch seine Art, das Ganze rüberzubringen. Ich würde das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Buch ist ein Muss für jeden, der sich mit dem Thema Videomarketing beschäftigt. Und auch für jeden, ich kann nur jedem empfehlen, den Jürgen Saladin über dieses Buch kennenzulernen. Und das ist wirklich ein Gewinn für jeden Unternehmer. sounded auch gut. 2 1 1 1 2 2 1 Vielen Dank.